Hi, schön, dass du da bist. Twilight Masquerade wurde angekündigt und heute schauen wir mal so ein bisschen rein, was es da so für die einen oder anderen Karten gibt oder auch für Produkte. Ich denke, das wird ganz interessant. Am 24. Mai wird das Ganze dann rauskommen. Zu dem jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht mal Gewalt in der Zeit raus, aber sie kündigen schon Twilight Masquerade an. Irgendwie, weiß ich nicht, kommt man irgendwie nicht so ganz mit den Sets hinterher. Ich persönlich würde es cooler finden, wenn man einfach das jetzige Set, was man hat, das Neues, der erst ein bisschen genießt und dann ein Neues angekündigt wird. Ist aber eher eine persönliche Meinung. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. So, dann haben wir hier die typischen Produkte. Wir haben hier Displays auf jeden Fall. Dann hier, das sind ja die einzelnen Papierbooster mit den Artworks von den drei. Blood Moon Ursula wird, glaube ich, eine sehr coole Karte, die auf jeden Fall stark wird. Dann hier die ETBs. Ich finde es vom Design her, finde ich es ganz cool, muss ich sagen. Mag dieses türkis, grün, blaue. Hat auf jeden Fall was. Passt auf jeden Fall auch in dieses Dschungelsetting so mit herein. Hier, Free Pack Blisters mit wahrscheinlich ein paar Promokarten. Ich weiß nicht, ob das definitiv die Promokarten werden. Kann aber gut sein. One Pack Blister haben wir auch. Booster Bundles, Build and Battle. Dann gibt es natürlich auch hier noch Folien. Also Hefter quasi in Vierer-Version und in der Neuner-Version. Und da kommen wir zu den Sachen, die jetzt interessant werden. Und danach haben wir auf jeden Fall noch ein paar andere neue Karten. Weil viele haben ja schon gestern hier ein Video rausgebracht zu den Sachen. Aber heute kam noch mal eine News raus mit noch mal ganz frischen Karten, die wir uns gleich anschauen. Aber ich quatsche schon wieder viel zu sehr herum. Gucken wir uns mal ein paar Karten an. Wir haben hier einmal Teal Mask Ogapon EX, die Blatt-Variante für 210 HP. Ja, wir haben die Fähigkeit, einmal während deines Zuges kannst du eine Basis-Blattenergie von deiner Hand an dieses Pokémon anlegen. Wenn du auf diese Art und Weise Energie an ein Pokémon angelegt hast, dann ziehe eine Karte. Ist okay, ist eine Draw Mechanic, ist ein Basic Pokémon. Ist also eigentlich ganz cool. Du brauchst nicht viel, um einfach zusätzlich eine Karte zu ziehen. Und dann haben wir noch den Angriff hier mit Mirriath Leaf Shower. Ich weiß nicht, wie man das jetzt im Deutschen übersetzen wird. 30 plus diese Attacke macht 30 mehr Schaden für jede Energie, die an beide aktive Pokémon angelegt ist. So je nachdem, jetzt nehmen wir mal Standardbeispiel. Glurak ist auf der anderen Seite. Glurak EX hat jetzt zwei Feuerenergien. Drei hiervon sind also 30, 60, 90, 120, 150. Plus die 30 wären 180 Schaden. Ist jetzt nicht das Döllste, muss ich sagen. Aber, ja, genau. Nee, Punkt. Ist nicht das Döllste. Gucken wir mal auf das nächste. Half Flame Mask Ogre Pony EX. Die Feuervariante hier. Da haben wir einmal das Raw Full Half. 20 Mal Damage. Diese Attacke macht 20 Schaden für jeden Damage-Counter oder Schadensmarke auf diesem Pokémon. Gibt einem sofort ein bisschen Arcani EX-Vibes, wie ich finde. Aber tatsächlich hier mit dem Malfaktor, was ja eigentlich an sich ganz stark ist. Du kannst das Ganze auch mit einer Feuerenergie und einer Doppelturbo. Könnte man das fähig machen. Das Doofe natürlich ist aber auch, dass die Doppelturbo dir dann für den zweiten Angriff nachher nichts bringt. Aber ist eine Variante. 210 ist aber trotzdem relativ wenig für ein Basis-Pokémon. Da gibt es ja zum Beispiel auch das Bauchern, was schon 220 hat oder auch manche andere, die so 230 HP haben. Also ist so eine Sache, ob das so praktisch ist. Wenn wir da ein Maximum Belt nehmen zum Beispiel, dann werden die halt leicht ausgenockt. Aber gut. Kommen wir zum dynamischen Blaze. 140 Plus Damage. Wenn dein gegnerisches Pokémon ein Evolutions-Pokémon ist, dann macht die Attacke 140 mehr Schaden. Dann musst du aber auch noch alle Energie anlegen. Ey, wenn dieser zweite Teil vom Satz nicht wäre, dann wäre die unglaublich stark. Magma-Becken dann noch mit dem Grimanzo-Ex kriegst du super easy. Nicht mit dem Grimanzo-Ex, aber mit dem normalen Grimanzo. Mit der Fähigkeit, wo man Energie von dem Bench-Pokémon an das aktive Pokémon anlegt. Kriegt man es sehr, sehr leicht hin, drei Feuerenergien anzulegen. Dann würde es einfach 280 Damage an den Evolutions-Pokémon machen. Aber das Ding ist, du musst alle Energie ablegen und das ist hart. Also nicht mal nur zwei, sondern gleich alle, weiß ich nicht, sehe ich auch nicht so kommen. Naja. Dann haben wir hier die Wasser-Variante. Wellspring Mask, Ogapon-EX, auch 210 HP, Basis-Wasser. Und wir haben hier einmal Sob. Also das, was ist das denn? Wimmern auf Deutsch oder so? Während des nächsten Zuges kann das verteidigende Pokémon sich nicht zurückziehen. 20 Damage, ein Farblos, ist okay. Kann man, glaube ich, tja, ich sehe, also wenn ich zwei Farblose sehe, sehe ich auch immer eine Doppelturbo. So, und das Ding ist, wenn ich eine Doppelturbo anlege, oder halt erst, na gut, man könnte die Doppelturbo auch einen zweiten Zug anlegen. Wenn du also eine Wasser anlegst, 20 Damage, nächste Runde Doppelturbo. Du kannst, wenn du willst, drei Energie-Attacken, äh, drei Energie-Attacken. Du kannst drei Energien, die an dieses Pokémon angelegt sind, wieder in dein Deck mischen. Wenn du das machst, macht diese Attacke 120 Damage mehr an ein, nee, macht es nicht mehr, sondern 120 Damage an ein Pokémon auf der gegnerischen Bank. Ja, ja, das Problem ist natürlich trotzdem auch, dass Pokémon macht hier halt 100, mit der Doppelturbo werden es halt, wie gesagt, auch nur 80. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig, ich sehe es noch nicht. Wir müssen mal gucken, was die anderen, äh, Ogapon-Karten hier machen. Aber irgendwie, ich, ich fühle diese Ogapon-EX noch nicht. Vielleicht sehe ich es aber auch noch nicht, was damit noch Schönes gemacht werden kann. Ich persönlich fühle es nicht, ihr könnt mir aber trotzdem gerne auch eure Meinung dazu lassen, wie das für euch ist. Und ich sehe gerade, dass meine Facecam so schön rot ist. Ich versuche mal trotzdem, das nebenbei ein bisschen zu fixen hier, während ich euch das hier gleich vorlese. So, sorry für den kurzen Greenscreen auf Lacker. Okay. Goodie. Cornerstone-Mask Ogapon-Ex, auch 210 HP, ähm, KP und hier als Kampf-Pokémon. Das einzige von den drei, was eine, nein, nicht das einzige, aber eins von den zwei, die eine Fähigkeit haben, haben wir hier den Cornerstone-Stance. Verhindere allen Schaden von Angriffen, der diesem Pokémon bei gegnerischen Pokémon, ähm, zugefügt wurde, die eine Fähigkeit haben. Das finde ich, ich persönlich finde, dadurch ist Cornerstone-Mask Ogapon-Ex definitiv der, der stärkste. Unter den vier ist eine Hammerfähigkeit. Verhindert viele, viele Metadecks, die, äh, ihm Schaden machen wollen. Wir haben natürlich trotzdem so ein bisschen das Problem, dass der zweite Angriff eben nur 140 Damage macht. Du kannst es zwar wieder einfach mit einer DTE, also mit Doppelturbo-Energie zusammen kombinieren, dann machst du halt 120, aber dann brauchst du im Endeffekt, brauchst du drei Angriffe, um zum Beispiel einen Lurak fertig zu machen. Ist also nicht ganz so praktisch und man darf auch nicht vergessen, mit dem neuen Eisen, ähm, Eisenblatt-Ex, was rauskommt, hat, 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 ah ne, Eisenblatt kann ihm keinen Schaden machen, denn Eisenblatt hat eine Fähigkeit. Gut, Eisenblatt kann ihn also nicht kontern, aber da seht ihr das, ähm, ja. Ich glaube, das ist so eine Karte, die werden manche Decks so einmal drin haben, so einfach als, als One-Off, um so mögliche Match-Ups einfach da zu ärgern. Aber, ob man so ein richtiges Ogapon-Ex-Deck bauen kann, das sehe ich persönlich noch nicht. Wie gesagt, wenn ihr was da habt, gerne, belehrt mich eines Besseren, ich bin kein, bin kein Profi, ne, aber das sind so meine Gedankengänge, die ich einfach mit euch teilen möchte. Wir haben hier noch ein Basispokémon, äh, Tealmask Ogapon, was jetzt nicht als E-Ex-Version da ist, mit 110 KP, ja, die Angriffe sind jetzt nicht so prall, ne, kannst hier mit dem ersten für einen Farblos dein Deck nach zwei Basis-Energie-Karten raussuchen, sie aufdecken oder deine Hand nehmen. Danach mischen. Und das andere ist der Ogre-Comeback hier, dieser, dieser Angriff macht 20 mehr Schaden für jedes Pokémon, was auf der gegnerischen Bank ist. Ja, das heißt, für zwei Energien machst du also 20, machst du maximal 120 Damage. Das ist für so einen Basis-Single-Prizer okay, aber das geht besser. Es gibt Karten, da geht das einfach besser. Ne, wenn wir zum Beispiel einfach mal Lunar-Stein nehmen. Lunar-Stein, ne, ich versuche es immer noch für die Rotation fertig zu machen, ist nicht ganz so einfach, viele wichtige Karten für ein Lunar-Stein-Deck sind rausgeflogen, aber, naja. Ogre's Mask, kann die Trainerkarte was von dem Pokémon E-Ex hier ändern? Also, wähle ein Pokémon E-Ex in deinen Ablagestapel, das Ogre-Porn im Namen hat und tausche es mit einem deiner Pokémon E-Ex im Spiel, das auch Ogre-Porn im Namen hat. Und jegliche Karten, Schadensmarken, Special Conditions, also sowas wie Verbrennung und so, die werden aber auf dem neuen Pokémon bleiben. Aber halt eben auch die angelegten Karten, wie zum Beispiel auch Energien, ne. Jetzt halt die Frage, man kann sowas ja auch mit einer, also dann sehe ich das mit einer Leuchtenergie, du kannst es ja, man könnte zum Beispiel versuchen mit einer, naja gut, hier hast du halt drei Blatt-Energien, ne, aber wenn du die drei, die drei kannst du ja wenigstens nutzen, um mit einer Leuchtenergie und einer Doppelturbo, könnte man auch mit dem Ogre-Mask immer sich denjenigen raussuchen, den man zum Beispiel braucht, um für Schwäche zu hitten. Dennoch sind die Angriffe nicht unendlich stark, um für Schwäche zu hitten. Besonders hier bei dem Ruffle-Hard, da braucht er erstmal Schadensmarken. Und für die starken Angriffe brauchst du dann wirklich die Energien, die da angegeben sind. Ich persönlich sehe Ogapon da noch nicht. Aber, was jetzt neu rausgekommen ist, eine neue Info, zack, es wurden noch mehr Karten revealed. Und die beurteilen und gucken wir uns natürlich heute jetzt genauso an. Da bin ich auch gespannt, was es hier Schönes gibt. Da haben wir nämlich dann zum Beispiel, also es wird natürlich hier Mask of Change, ist natürlich jetzt das eine Set. Was dann halt eben das japanische Pendant zu Twilight Masquerade ist. Das heißt, diese Karten werden in Twilight Masquerade auch drin sein. Gucken wir sie uns einfach mal an und bewerten mal das Ganze hier. Wir haben hier einmal einen Polchageist, Graspokémon 140 HP. Ich muss das leider kleiner machen, sonst kann ich euch den Text hier nicht vorlesen. Wir haben hier einmal für eine grüne Energie. Nimm eine basisgrüne Energie von deinem Ablagestapel wieder auf die Hand. Und der Überraschungsangriff, 30 Schaden, ja Münzwurf, wenn zahlt, dann macht er gar keinen Angriff. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir die 1-5-Bewertung gemacht. Das machen wir heute wieder so. Für mich eine 1 von 5. Braucht man nicht. Also gut, vielleicht wird die Wertung noch besser, wenn dieses Entwicklungspokémon besser ist. Gucken wir mal. Cursed Ruplets haben wir hier auf jeden Fall bei Sinistra das Entwicklungspokémon mit 70 HP. Oh, ein Entwicklungspokémon mit 70 HP, das schottet ja einfach das Greninja oder auch mit einer Lostzone zu Bieres schottet das easy weg. Und ich habe jetzt hier eine Bohrmaschine. Ich hoffe, ihr hört sie nicht, denn das wäre ja richtig übel. Wer bohrt denn jetzt bitte zu dieser Zeit? Gut, das ist eine andere Geschichte. Was macht aber der Angriff hier? Ein grün, verfluchte Droplets, Tropfen oder was? Lege einfach 4 Schadensmarken an gegnerische Pokémon in jeder Variante, die du magst. Also zum Beispiel 1 an Aktives, 3 auf ein gegnerisches auf der Bank oder halt alle auf ein gegnerisches an der Bank. Also so ein bisschen 40 Schaden einfach mal eben frei verteilen für einen grün. Ist okay. Und das zweite ist Match All Out. Macht 70 Schaden. Lege bis zu 3 basisgrüne Energiekarten von deinem Pokémon im Spiel ab. Diese Attacke macht 70 Damage für jede Karte, die auf diese Art und Weise abgelegt wurde. Hmm. Das Problem an Blood ist aber, dass Blood generell einfach ein Energieproblem hat. Und selbst mit Savanus, Gardevoir oder wie auch immer, nicht Gardevoir, aber wie heißt denn das? Diese eine Unterstützerkarte, die sagt, dass du zwei Karten ziehst und wenn du auf diese Weise eine Karte gezogen hast, du zwei Blattenergien aus der Hand beliebig an Bank-Pokémon anlegen kannst. Die ist halt generell einfach nicht so stark aufgrund der Draw-Power, die du hast. Man kann es bestimmt zusammenspielen mit einem Irdengefäß und dann könnte das was werden als ein Single-Presor-Deck. Macht dann halt eben 210 Schaden. Aber da musst du auch wirklich jede Runde es schaffen, immer wieder Energie auch für diesen Angriff bereitzulegen. Und was halt eben auch ist, es sind halt eben einfach auch nur 70 HP, ne? Das ist halt wirklich wenig für einen Phase-1-Pokémon. Also keine Ahnung, ich gebe dem Ganzen einfach, weil ich den Angriff ganz cool finde und ich glaube, dass man damit ein Single-Presor-Deck machen kann. Boah, kriegt der von mir gerade so, gerade so die 3 von 5. So, Munkidori, Psycho-Pokémon, 110 HP, hier einmal für euch ein bisschen groß. Sieht cool aus auf jeden Fall. Fähigkeit, Adrenalin-Brain, das Adrenalin-Gehirn. Einmal während deines Zuges, wenn dieses Pokémon eine Dunkel-Energie hat. Ne, once you have a turn, if this Pokémon has any Darks... Ja, genau, also es muss eine Dunkel-Energie haben. Dann kannst du einmal pro Zug bis zu 3 Schadensmarken von ein deiner Pokémon auf ein gegnerisches Pokémon schieben. Hm. Muss ich mal drüber nachdenken. Zweiter Angriff. Brauchen wir einmal Psycho und einmal Colorless. Mindband, 60 Schaden, dein gegnerisches Pokémon ist nun Confused. Okay, das ist, glaube ich, ja, der Angriff ist, boah, ja, brauchst du nicht. Ich glaube, man spielt Munkidori eher für die Fähigkeit. Es gibt, es gibt natürlich Möglichkeiten, zum Beispiel mit, ähm, in Gardevoir, das in Gardevoir-Deck mit reinzupacken. Und dann über Gardevoir-Ex deinem Pokémon sowieso Schadensmarken zu geben. Und wenn du den Schadensmarken gegeben hast, schiebst du vorher nochmal 30 rum. Du kannst also quasi Gardevoirs Angriff nochmal ein bisschen stärker machen oder halt die Angriffe der Psycho-Pokémon nochmal ein bisschen stärker machen, weil du einmal pro Zug dann halt eben nochmal 30 Schaden zusätzlich verschiebst. Die Bank eines Gardevoirs-Spielers ist relativ voll. Weiß ich nicht, ob ich das Ganze sehe. Aber trotzdem, das ist für mich auf jeden Fall, Munkidori ist für mich eine solide 3 von 5. Für eine 4 reicht es noch nicht. Eine sehr gute 3 von 5, würde ich sagen. Ja, für mich persönlich. Wie gesagt, wenn ihr das eine seht, ihr habt eine Kommentarfunktion, haut sie raus. Alles ist, alles ist da. Was haben wir noch? Fesan-Dipiti, Psycho, 120 KP-Basis-Pokémon, wieder mit einer Fähigkeit, Adrenalin-Pheromone. Wenn dieses Pokémon eine dunkle Energie dran hat und, äh, und dieses Pokémon Schaden durch gegnerische Pokémon-Attacken bekommt, wirf eine Münze und bei Kopf verhindere den Schaden. Och Gott, ey, Ambidiefel in Form eines, äh, in Form eines Psycho-Pokémons. Das ist natürlich hammernervig. Die Frage ist aber trotzdem, warum sollte man an dieses Pokémon eine dunkle Energie anlegen? Ähm, ist halt die Frage, ob man das zum Beispiel dann in einem Donnersichel mit drin spielt. Witzigerweise müsste man das ja hier auch machen, weil das braucht ja auch eine dunkle Energie. Ähm, vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Synergy-Karten, die, die in Dunkelvarianten dazu passen. Weiß ich noch nicht so genau, weiß ich noch nicht. Ähm, wir haben auf jeden Fall hier für einen Psycho 30 mal Damage. Dieser Attack macht 30 Schaden für jede Energie, die an dieses Pokémon angelegt ist. 30 Damage für jede Energie. So, Gardevoir kann 5 Energien anpacken. Das heißt, 150 Damage, theoretisch. Dann nochmal, dann nochmal mit dem Verschieben nochmal über Gardevoir was anlegen. Ja, na gut, ist vielleicht ein bisschen zu viel schon gewollt, ne? Ich gebe dem auch eine 3 von 5. Eine 3 von 5. Alles, was so ein bisschen, ja, halt würfende Münze hat, hat halt immer so ein bisschen, naja, Beigeschmack halt, ne? Aber er ist halt ein Single-Prizer und kann halt eben auch verhindern, dass der Gegner überhaupt Schaden macht. Das ist schon, ist schon nervig oder kann schon nervig sein, ne? Ja. Bleiben trotzdem bei einer sehr guten 3 von 5. Okidoki. Okidoki. Okay, Fighting, 130 HP, auch hier haben wir wieder eine Adrenalin-Fähigkeit, Adrenalin-Power. Wenn dieses Pokémon eine Dunke-Energie angelegt hat, kriegt es 100 HP mehr. Und seine Attacken machen 100 mehr Schaden am gegnerischen Pokémon. Okay, das sehe ich, Leute. 2 Kampf-Energien, Okidoki, 70 Schaden plus die Dunke-Energie, 170 Damage plus 100 HP plus einen Legendary Cape. Ach du Scheiße. Entschuldigung, ich wollte nicht mehr so viel fluchen. Sorry, nehme ich zurück. Aber plus einen Legendary Cape und eine Dunke-Energie hat das Ding einfach 330 Leben. 330 Leben als Basis-Pokémon. 170 Damage flat. 170 Damage flat. Auf 2 Attacken gerechnet, besiegt es auch fast alle Phase-2 EX-Pokémon. 5 von 5. Kriegt eine 5 von 5 von mir. Diese Kampf-Energie kriegst du auf jeden Fall trotzdem gut angelegt. Es gibt Varianten mit Koraydon-EX zum Beispiel. Oder natürlich auch mit, obwohl ich weiß gar nicht, ob die mutige Spitzhacke rausrotiert. Das kann gut sein. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, da Energien anzulegen. Das sehe ich, Leute. Single-Price, Single-Price, okidoki, 330 HP, 170 Damage. Stark. 5 von 5 für mich persönlich. Come on, Trainer. Kommen wir zu ein paar Trainer-Karten hier. Also Trainer-Unterstützer. Wenn du erster dran bist, darfst du diese Karte während deines ersten Zuges spielen. Lege deine Hand ab und zieh 5 neue Karten. Das ist quasi so ein bisschen das Äquivalent eines Krawaloro EX. Nur, dass du halt nicht dann ein Basis-Pokémon hinlegen musst. Du kannst quasi das als Unterstützer-Karte drin haben. Legst dir Hand ab, ziehst 5 neue. Ist natürlich im ersten Zug der Hammer. Der erste Zug ist richtig gut und du verbrauchst kein Bench-Space. Wenn du den auch irgendwie andersweitig verbrauchst. Aber wird natürlich im Laufe des Spiels dann schwächer. Weil du halt eben, naja, immer die Hand ablegen musst und immer nur 5 Karten. Da ist natürlich eine Forschung dann solide. Aber das hat natürlich die Fähigkeit. Ja, erste Zuge. Einfach nochmal eine zusätzliche Hand. Sehe ich 4 von 5. 4 von 5. Kiran-Trainer, Supporter. Habe ich euch auch nicht die andere groß gemacht. Sorry. Hier. Bitteschön. Und dann hier haben wir Kiran, auch ein Trainer-Unterstützer. Wähle eins von beiden. Wechsle das aktive Pokémon mit eins seinem gegnerischen Pokémon aus. Wie, warte mal. Beides? Das ist ein Boss? Und ein zusätzlicher Effekt? Ach nee. Your Active Pokémon. Okay. Ich habe mich verlesen. Ich dachte, das wäre einfach von einem vollen Gegner. Aber nee. Also, das ist quasi für dich ein Free-Switch. Also, ein Tausch. Oder auch... Ja. Es ist für dich ein Tausch. Und während dieses Zuges machen Pokémon 30 mehr Schaden an den gegnerischen aktiven Pokémon EX oder V. Warum die Begrenzung? Warum die Begrenzung auf EX und V? Warum nicht einfach generell 30 mehr Schaden? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Leute. Irgendwie... Da sind andere Unterstützer viel, viel stärker. Du willst halt Draw Power. Du willst Zieh Power. Ah... Naja. Einmal tauschen und dann 30 mehr Schaden. Weiß ich nicht. 2 von 5. 2 von 5. Ist mir zu wenig. Besonders, weil du ja auch eben nur 1 Supporter pro Runde spielen kannst. Ist mir als Supporter zu wenig. Noch irgendwie die Verbesserung weniger und dann auf 50 mehr Damage oder so. Dann ist die mehr Viable. Aber 2 von 5. Ja. Bug-Catching-Set. Also, da kommen wir dann schon zur letzten Karte hier. Bug-Catching-Set. Cool. Käfer-Set. Das ist eine normale Item-Karte. Guck dir die obersten 7 Karten von deinem Deck an. Und du kannst 2 Kombinationen von Gras-Pokémon und Gras-Energie, die du dort findest, aufdecken und in deine Hand nehmen. Das ist ja übel geil. Das ist voll die coole Karte, Leute. Maskagato, here I come. Das haben wir gut. Also, natürlich ist es eine sehr spezielle Karte, weil du sie halt eben nur in Gras-Decks spielen kannst. Oder halt da, wo wenigstens zum Teil Gras gespielt wird. Aber die finde ich gut. Du kriegst Energie-Pokémon oder 2 Pokémon oder 2 Energien. Das, was du halt eben brauchst. Finde ich stark. 7 Karten angucken, 2 nehmen als Nicht-Supporter. Stark. 4 von 5. Aber auch nur das 4 von 5, weil du es halt eben nicht in allen Decks spielen kannst. Aber ja. Das sind auf jeden Fall so die Karten, die hier angekündigt wurden. Meine Top-Karte aus der Ankündigung. Definitiv okidoki. Lasst mir aber gerne einen Kommentar da, was eure Lieblingskarte hier raus ist. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst ein Like da oder so. Ciao, ciao. Bis dann. Bye. Vielen Dank.